So, der 15. Jahrzehnte ist der Rocket Leech! Versuchen wir den Rumble Match? Warte, ich will die neue Arena haben! Unbedingt! Ich will sie haben! Ich will sie spielen! Das war ja kein Glück! Ich weiß gar, ob es die für Rumble überhaupt gibt. Ich weiß es nicht, Leute. Leute, wie sieht das hier geil aus? Ja? Alter, wie geil! Leute, ist sie neu? Leute, die ist neu! Die ist neu, Leute! Auf jeden Fall! Oder sie ist neu gedesignet! Irgendwas ist da passiert! Aua! Mixer! Was machen? Was war denn? Hm, Gott! Leute, die ist neu! Ist die neu? Leute, schaut in die Kommentare! Ist die neu? Leute, ich glaube schon! Ich glaube schon, Leute! Ich glaube schon, Leute! Die kommen mir nicht bekannt vor! Und was macht ihr? Ich glaube schon, Leute! Ach, Mann! So eine Scheiße einfach nur! Bumm! Gamm, Gott! Ich habe sie gefickt, Leute! Und nochmal! Wollintreffer, Leute. Wollintreffer habe ich gemacht. Jawohl. Das ist neu. Diesen Torspruch hatte ich noch nicht, dieses komische, geiler Torspruch, geiles Tor. Neue Arena dabei, Leute, gar nicht scheiße. Ohne so wurde krass bearbeitet, aber das glaube ich nicht, weil es passiert ja auch nichts. Hatte ich noch nicht diese Anzeige da hinten. Das ist neu. Was willst du denn da machen? Neue, da hast du keine Chance. Ich bin doch schon geiler, dass sie da ihre Werbung so ein bisschen haben. Pseudonyx und so. Finde ich gut. Irgendwie so eine Scheiße, aber irgendwelchen Sponsoren, so Puma oder irgend sowas, ne? Was weiß ich mir jetzt? Nein, das ist nicht wahr! Aber da konnte ich nichts für. Da konnte ich wirklich nichts für. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das hat das Haus verloren. Alles scheiße. Alles scheiße. Alles scheiße. Das ist es. Ohne, ich bin hier in der Skye. Ich bin hier in der Skye. Ich bin hier in der Skye. Schweineigerange holen, ja? Noch ein paar Punkte holen. Noch ein paar Punkte holen. Ich werde nicht mehr aufholen können. Da wäre ich die Zeit zu knapp Leute Da wäre ich die Zeit zu knapp Leute hat nicht sollen sein, hat nicht sollen sein Ist halt passiert Ist halt passiert Aber nur Arena gesehen, ist doch geil Ne Ich bin keine, ich bin kein Revanche Auf keinen Fall Badlands, gut Aber wir sind, aber die sind rausgegangen Uns fehlen Spieler Nein, nicht suchen, abbrechen, abbrechen Ich will abbrechen Ich will abbrechen Ich habe das Ball kamen angehabt Er ist drin! Der andere ist off hier, der daneben stand Der blaue da Pipo Das AFK meint natürlich Oder? Ja, der steht nämlich nur da rum und macht nix Was mache ich denn für eine Scheiße? Gut! Boah! 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 und ich habe schon so ich machen was soll ich denn machen Leute der wäre so ein Tod drin gewesen der wäre so ein Tod drin gewesen Leute ja ja schön schön Furkel Furkel der war schön Leute er hat er voller gemacht Ich hab den Ich hab den Zeig gesehen Da wusste ich, der ist jetzt drin Genau damit die gefreezt Und dann rein, Leute, und dann rein Wo sind die denn alle? Der war so schön, weil du nur noch rein Nee, nee, vergiss es Vergiss es, den kriegst du nicht, du blauer Stacheltyp Mann, scheiße Ey, ich hab die Stacheln hier, Penner Ja, die halten auch viel länger Die Stacheln Und ein interessantes Match Ein interessantes, geiles Match So mach ich das, ja Fuck Fuck Warte, hier geht's voll ab Das ist ja der Hammer Das geht hier voll ab, das ist ja der Hammer Das geht hier voll ab, das ist ja der Hammer Bum, 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 bum Wolle treffer Der fliegt Warum fliegt der? Oh, der ist jetzt ein geiles Match Hier geht's voll ab Nein Mann Ja, ist klar Der zieht den mit dem Ball, mit den Stacheln Na, okay Wenn das funktioniert, ist ja okay Hatte man spürt den Ball Und der hat mit seinem komischen Saugnapf Den Ball mitsamt dem Auto ins Tor gezogen Warte, komm jetzt Warte, wie es hier abgeht Das ist der Hammer Nein, was mache ich denn? Die 80 Sekunden ihrer leben jetzt auch noch, komm Komm, die 80 Sekunden schaffen wir jetzt auch noch ins Tor zu bekommen Bum Wir haben voll gewonnen, Leute Und noch eins, Leute Wir hängen noch eins dran Man, ihr ist zwei Ich möchte neu Ich möchte neue Arena, bitte haben Ich möchte neue Arena haben, bitte Hattens ja schon gesehen Ich hätte immer drauf spielen, ja Aber was mich Warum kann ich keine Gruppe erstellen? Also meinen Freund einladen Das verstehe ich nicht, Leute Wieso will ich den Krempel einladen? Aber es geht nicht, das geht einfach nicht Wieder Mainfield oder Mainfield Leute, da spielen wir mit die Arena Ich gehe in die neue Und ich weiß nicht, warum Ich kann es nicht ändern, Leute Ich kann es nicht ändern Nein Nein Wir sind ja, woher ist Wir sind ja, woher ist Wir sind ja durchgemischt, Mann Fuck, Leute! Ich hab zwei gefickte, hab ich einfach mal gefickt, ja, den behalte ich mir jetzt mal. Ja, da musst du im Fahren sein, da musst du im Fahren sein, das hat so keinen Sinn. Alter! Hier zum scheiß schnellsten Match, ja, ist doch einfach geil! Und wir brauchen ein Tor, Leute, wir brauchen ein Tor! Komm! Komm! Nein, es ist ein Witz! Er war drin gewesen, den hat er aber gut ausgeholt, musst du ihm lassen. Den hat er gut ausgeholt. Shit! Ja, komm, ja! 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 juegoisch. Ja? Ja... Ja! Ja! Die Lesen was mit? Ne, Scheiße Hätte ich bestimmt gehabt, ja Oh Ja, komm jetzt, fahr Fahr, fahr, fahr Wir kriegen kein Tor rein, wir kriegen kein Tor rein Nein, der hat ihn verloren Shit Es ist nicht wahr Oh, das ist verloren, das ist verloren Ja, das ist egal Ah, shit Ist halt jetzt scheiße gelaufen, Leute Komm mal, Spinny Warum können wir nicht mal den Neu Arena spielen? Leute, ich geh raus Ich wollte nur wissen, ob die Neu Arena gekommen So, Leute, das war's Bis zum nächsten Mal, nicht vergessen Müsst ihr euch mal kommentieren Teilen und mich Abonnieren Bis zum nächsten Mal Und damit sag ich Moment Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss